Mein Leben hat sich in dem Sinne sehr verändert, weil ich einfach total gerne Fotos von der Seite jetzt vor mir mache. Ich gucke total gerne in den Spiegel, ich kaufe super gerne Sonnendrillen, weil die alle perfekt sitzen. Ich kann ganz entspannt irgendwie auch aus engen Weingläsern trinken, ohne dass sie an meiner Nase andotzen. Ich kann Mascara nehmen und von der einen Seite auch auf die andere tuschen. Das sind so Kleinigkeiten, die mich aber vorher halt immer gestört haben. Und von daher, das hat sich auf jeden Fall für mich geändert. Was ich spannend finde, ist, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, da würde nie jemand darauf kommen, dass ich meine Nase habe machen lassen. Weil es einfach so natürlich aussieht und in mein Gesicht passt und generell auch zum Rest von mir so sehr gut passt, von der Proportion her und wie es aussieht. Das finde ich sehr spannend. Insofern hat sich dahingehend gar nicht so viel verändert. Und auch die, die mich vorher kannten mit meiner alten Nase, denen fällt es auch gar nicht mehr auf. Weil es einfach sich so eingefügt hat.